Bei Balois sind wir viele. Wir haben viele Gesichter, aber nur eine Kultur. Diese macht uns einzigartig. Mit unseren Kundinnen, Kunden und Partnern teilen wir viele Erlebnisse. Zusammen ergeben sie eine gemeinsame Geschichte. Bei Balois arbeiten wir in vielen verschiedenen Berufen aber alle mit nur einem Ziel. Das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher zu machen. Bei uns klatschen viele Hände, wenn wir gemeinsam unsere Erfolge feiern. Und bei Herausforderungen ziehen sie an einem Strang. Wir begleiten viele Schicksalsschläge. Immer mit dem einen Grundsatz. Menschlich inspirierend und verantwortungsbewusst zu sein. Bei Balois versichern wir viele einzelne Kundinnen und Kunden. Aber zusammen bilden wir ein Kollektiv. Wir haben viele zündende Ideen für eine bessere Zukunft. In unseren Herzen brennt aber nur ein Feuer. Für unsere Kunden. Viele Marken begleiteten in den letzten 160 Jahren unseren Weg. Hin zu einer gemeinsamen Identität. Für ein Gemeinschaftsgefühl. Bei Balois sind wir viele und doch eins. Der inspirierende Partner für unser gemeinsames Morgen.